Zur tatsächlichen Berichtigung der Abgeordnete Kotzer. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrte Damen und Herren. Herr Abgeordneter Wurm hat behauptet, ich hätte im Sozialausschuss irgendetwas vom Sofa herumrücken, um es wärmer zu haben, weil das hat Herr Abgeordneter Wurm behauptet, ich hätte im Sozialausschuss ernsthaft behauptet, diese Regierung wäre linker als in Deutschland. Ich berichtige tatsächlich, ich berichtige tatsächlich, von irgendwelchen Sofa herumgerücke, um Wärmegewinne in einer Wohnung zu erzielen, war nie die Rede, insbesondere von meiner Seite her, überhaupt nicht, das ist frei erfunden. Weiters habe ich darauf hingewiesen, dass die Entlastungspakete in Österreich aktuell deutlich höher ausfallen als in Deutschland, was freiheitliche Mandatarinnen dazu hinreißen hat lassen und sagen, die Regierung in Österreich ist ja linker als die in Deutschland. Das war der Fakt, so war es. Danke, alles andere ist ein Scherz. Applaus Das war der Fakt, so war es. Danke, alles andere ist ein Scherz. Danke, alles andere ist ein Scherz.